Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen noch eine Runde mit unserem kleinen Magier-Deck. Ich habe gerade in einem anderen Spiel gesehen, wie jemand sehr schön mit einem Mana-Wurm startet und den halt eben am Anfang durch seine Zauber halt eben schön hochbufft. Können wir auch machen, wir brauchen halt nur das Drop-Glück, das der am Anfang halt eben kommt. So, und wir bekommen einen Hexen-Meister. Oh mein Gott, hoffentlich kennt ihr den Top-Glück wieder. Ähm, wir haben einen Mana-Wurm drin, wir haben einen Frosch-Split drin. Perfekt eigentlich, um damit zu starten. Den lassen wir am Anfang noch ein bisschen weg und hoffen, dass wir noch irgendeinen schönen Zauber bekommen. Naja, Yeti ist nicht ganz so toll. Ich denke, wir können trotzdem schon mal was ein bisschen auf der anderen Seite. Ihr könnt nicht was. Ich grüße euch. Hallo. So, wir spielen unseren Mana-Wurm. Und schauen mal, was er macht. Gut, jetzt spielt ein Tarot-Wolf Alpha. Damit können wir ihn natürlich auf 3. Ich hätte gern allerdings lieber ihn weg. Ich denke, nehmen wir ihn weg. Ich packe ihn auf 2. Ähm. Und können ihn damit schon mal ein bisschen ungefährlicher machen. Ein Antigolem. Immer wieder gern gesehen. Ähm. Wir spielen. Ich kann die beide in Kombination spielen, um da mit ihm noch ein bisschen zu schützen. In der Hoffnung, dass wir noch irgendwas Schönes kriegen. Ich mach hier ein Gegentrade. Ich frage mich, ob... Hm. Ich glaub, das machen... Ja... Ich spüle... Das Licht beschützt mich. Sieben. Dann muss er sich erst mal ein bisschen da drin abracken. Schilde hoch! Und den Mana-Wurm. So. Leg diesen Apfel auf eurem Kopf! Ach. So gut. Dann ist das schon glücklich. Okay. Damit hat er die Mana-Wurm natürlich jetzt ausgedehnt. Es wäre natürlich ein bisschen intelligenter gewesen, wenn er den direkt in die Mitte reingeklickt. Aber macht ja nichts. Ähm. Wir spielen und... Ich kümmer mich drum. Nehmt sein Apfelhull weg. Nehmt sein Messer-Panier weg. Ich kenne sie. Und der geht in die Mitte. So. Er zieht ne Kappe. Warum ruft er nicht? Ah. Und der war noch... Gut. Ähm... Den hier können wir auf jeden Fall gleich mal da rum wegnehmen. Danke. Ähm... Den brauchen wir noch nicht. Ich kümmer mich drum. Wir gehen direkt auf ihn los. Okay. Noch einen? Okay. Da tradet er. Faut ihn drüben auf. Gut. Können wir jetzt natürlich nutzen. Wir können entweder nochmal ein Getty oder wir können ihn spielen. Dadurch, dass er eh nur 2 Schaden macht, großartig. Können wir das ganze hier direkt so spielen. Und wir haben komplett alle möglichen in den Gesicht. Und sollten, wenn wir jetzt das Glück haben, einen Feuerball zu ziehen und er keinen von uns wegnimmt, sieben... Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern! Auf in die Schlacht, Mane! Okay. Peter ist schon dabei! Okay, er hat jetzt natürlich... Jetzt wäre ein Flammenstoß natürlich unheimlich schön gewesen. Ähm... Das Glück haben wir leider nicht. Wir können mit ihm noch ein bisschen was wegnehmen. Oder wir lassen ihn da drin abrackern. Ich frage mich, ob... Er hat ja eigentlich keinen großartigen... Ich frage mich, ob... Ich frage mich, ob... Moment mal, ich muss mal Tumptehen. Die kriegt beide recht leicht weg. Allerdings hat keiner von ihnen hier einen Flammen schaden. Oh, da bringen wir ihn raus... Können wir ihn noch ein... Wer ist ein... Wer ist ein Brandgefährlich? Das muss keiner von uns ein... Mein Schild für Argus! Oh, ne gute Argus. Er hat immer noch zu wenig Leben mit denen. Also er wird wahrscheinlich nicht mit denen angreifen lassen. So, jetzt n Feuerball. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Er hat sich einen Kampel holen und gedöhnt. Wir kriegen nur den Armani-Berserker. Schrott! Macht aber nix. Jetzt träumen wir hier mal ein bisschen auf. Die sind leider alle echt... ...beschütten? Was glaubst du? Und die sind leider zu sch... ...machen beide vier Schaden. Aber ich hab ja immer noch das Glück dass... Ähm... Ihr könnt nicht vorbei! Schussräger... ...mit der 2-Spec nehmen? Ah, doch nicht! Vier Schaden, das ist natürlich gefährlich. Wenn er jetzt nichts Gutes hat... ...wenn er jetzt die Runde beendet haben wir gewonnen. Das war sein Fehler. Das war ein extremer Fehler. Weil jetzt haben wir gewonnen. Gut gespielt! Wir nehmen ihn weg. Wir spielen noch ein paar große Videos. Hehehehe. Zeit für ein bisschen Blut. Ich schreit! So! Also. Anfänger denke ich. Recht einfacher aufgebaut. Ihr seid ja an der Seite. Könnt es gerne nachbauen. Wenn es euch was bringt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über ein Like. Oder wenn ihr das ganze abonniert, dann bringe ich noch weitere Sets. Und wünsche euch viel Glück damit. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!